Wir haben nicht nur viele Baustellen im Moment, sondern wir haben trotz alledem sehr, sehr viel zu bieten. Denken Sie beispielsweise daran, Sie können hier von Pforzheim ganz bequem und umweltfreundlich mit der Stadtbahn, mit der S5 vom Hauptbahnhof Pforzheim nach Karlsruhe fahren. Sie steigen den Hauptbahnhof aus und stehen dann sozusagen direkt vor dem Zoo. Stadtgarten Zoo Karlsruhe ist auf jeden Fall ein Ausflugsziel wert. Darüber hinaus gibt es natürlich in Karlsruhe sehr, sehr viele Museen. Ich denke da beispielsweise an die staatliche Kunsthalle, an das Badische Staatstheater. Wir haben das Badische Landesmuseum, die übrigens auch hier direkt neben uns vertreten sind. Wir haben vor allem auch das ZKM, weltweit mittlerweile bekanntes Zentrum für Kunst und Medientechnologie, auch mit uns dabei auf der ITB letzte Woche. Und wir haben ein Schloss natürlich, das sehen Sie hier im Hintergrund, mit dem Botanischen Garten. Und dahinter befindet sich die Kunsthalle mit der Orangerie. Also Sie sehen, wir haben jede Menge zu bieten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020